Grüezi miteinander, mein Name ist Philipp Knür, ich bin Group CEO von Helvetia und stelle Ihnen im Folgenden unser Halbjahresergebnis vor. Zum Halbjahresresultat von Helvetia möchte ich drei Punkte besonders hervorheben. Erstens unser profitables Wachstum. Es ist uns gelungen, in allen unseren Geschäftseinheiten das Prämienwachstum profitabel auszuweiten. Zweitens unsere Akquisition in Spanien. Gasser entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch und leistet dann auch einen hohen Gewinnbeitrag zu unserem Halbjahresresultat. Und drittens freilich die Unwetter der vergangenen Sommerwochen. Wir haben eine rekordhohe Anzahl von Schadenmeldungen erhalten in den Ländermärkten Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und es ist uns einmal mehr gelungen, da zu sein für unsere Kundinnen und Kunden, wenn es darauf ankommt. Dafür möchte ich unserer Schadenorganisation für ihre Barforce-Leistung herzlich danken. Ich habe es erwähnt, wir konnten unser Geschäft profitabel ausweiten. Natürlich hat Gasser in Spanien den Löwenanteil beigetragen zu unserem hohen profitablen Wachstum insgesamt. Wir verzeichnen aber auch erfreuliche organische Wachstumsraten und zwar in allen Segmenten Schweiz, Europa und Specialty Markets. In der Nicht-Lebens-Sparte wird das Wachstum insbesondere getragen durch Smile und das B2B2C-Geschäft. In der Lebensversicherungssparte vermochten wir strategiekonform vor allem bei den Anteil gebundenen Versicherungspolissen zuzulegen. Obwohl die Rechnung in den ersten sechs Monaten durch Unwetterschäden belastet wurde, resultiert ein sehr erfreulicher, hoher Halbjahresgewinn. In die Strategie 2025 sind wir schwungvoll gestartet. Mit Helvetia 2025 haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen beste Partnerin werden für finanzielle Sicherheit und Standards setzen bei Kundenconvenience und Kundenzugang. Dass uns das mehr und mehr gelingt, zeigen die erfreulichen Wachstumsraten in den einzelnen Vertriebskanälen. Beispielhaft nenne ich den eigenen Aussendienst in der Schweiz, unser Partnerbusiness Smile und neue digitale Vertriebskanäle über Bankenvertriebssysteme in Italien. Helvetia ist nahe bei ihren Kundinnen und Kunden. Mit Helvetia 2025 wollen wir aber auch neue Chancen nutzen und zum Beispiel unsere Ökosysteme ausbauen. Mit der Akquisition einer zusätzlichen Klinik von Gasser in Spanien haben wir einen weiteren Schritt erreicht im Ausbau unseres Ökosystems Health & Care. Wir sind schwungvoll in diese neue Strategieperiode gestartet und wir wollen das Momentum nutzen, Helvetia kraftvoll weiterzuentwickeln zu einem europäischen Finanzdienstleister für Versicherung und Vorsorge.